also die schlüssel stecken gelassen mussten jetzt die scheibe einschlagen und jetzt sauber machen chaos scheiße ich wusste nicht dass es bis dahinten mehr wie wir das gemacht haben auf youtube 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 channel ja irgendwas müssen uns einfallen lassen die schüssel steckt mein telefon ist da drin und unser ganzes gepäck ist hier drin die tür ist zu hier nichts auf keine hallo machen soll das können wir auch nicht rausgeschraubt man kann das hier raus schlagen das ist die kleinste scheibe aber dann spricht vielleicht alles aufpassen auf den kopf das geht nicht kaputt das zeigt dass wir niemals in diesem auto sterben werden dieses auto ist ja ein doppel aufpassen gesicht richtig hat da sind nicht mal kratzer dran jetzt machst du kratzer gleich und dann geht die ich habe ich glaube wir sollen die ganze türe aus das ist eine unechte dinge ich denke das sieht man so aus wie eine vorblenden das ist hier festgeschraubt was machen wir ich habe schon mit das das bringt nichts alles ist telefon alle klamotten vom sommer das fängt aber schon mal schön der sommer fängt perfekt an das wieso war das auch geht nicht auf guckte dann wird das schon auch schon einer dran kommen wir sind alles kratzer das machen ich krieg nicht auf aufpassen nicht gegen Ja, das würde ich mit dem Auto haben. Okay, lass mich aufmachen, ich will dann. Oh Mann, schnaufst du auch. Na, mach was, Papa sagt. Ich hab ja doch die Tür flennen. Soll ich? Das fimmelt jetzt auf. Ich hoffe, wenn nicht dann. Geh jetzt absperren. Das ist aber komisch. Jetzt ist abgeschlossen, siehste. Du bist irgendwo dran gekommen. Ich bin hier dran gekommen. Doch, du hast hundertprozentig hier draufhören. Guck mal hier. Bist du da dran gekommen, hier an diesem Knopf. Jetzt wieder abgeschlossen, siehste. Hier bist du bestimmt dran gekommen. Lass mal zu, bitte. Hier. Hier bist du bestimmt dran gekommen. So. Und dann bist du ausgestiegen, hast zugemacht. Und dann. Und jetzt ist es abgeschossen. Bist du dran gekommen, richtig? Fleisch? Ich hab diese. Ja, ja. Nicht vielleicht. Hundertprozentig. Machst du jetzt auf? Ja. Wie machst du jetzt auf? Forster Wiener. She locked the car. Ja. I leave the key in. But not real in. Because it goes bim, 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 bim. Ja, hallo liebe Followers. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann könnt ihr uns auf jeden Fall auch weitersehen. Nämlich ihr könnt uns jetzt hier und da abonnieren und hier direkt unser neues Video sehen. Was machst du denn da, Carmen? Was gibt's denn da schon wieder? Jetzt kommt mein Mann. Der Mann, der kann. Kannst du's mir erklären? Ja. Ich sage unseren Followers, dass sie uns, wenn sie uns gerne weitersehen möchten, hier abonnieren können. Hier unten. Und dort wieder unser Video sehen können. Und ich finde, das lohnt sich. Aber wenn Carmen das sagt, dann ist da schon was Wahres dran. Also viel Spaß. Viel Spaß. Super. Super cool. Ja? Ja, das ist super. ne?